ja schon endlich langer sehnter dreier wieder hinten raus wurde die luft doch dünner aber trotzdem drei punkte scheiß drauf was hast du was hast du drei punkte alles an ist erstmal scheißegal wenn man analysieren möchte hinten raus natürlich eng wie sau die haben noch mal schön geackert und war eine enge kiste aber im ganzen spiel gesehen glaube ich haben uns verdient aufgrund einfach weil wir besser fußball spielt haben es war einfach kribbelklasar der gegner hatte von anfang an eigentlich nur lustig das spiel zu verteidigen und den ball lang zu kloppen wussten wir aber wir waren vorbereitet natürlich macht man dann immer gleich alles so wie es sein soll aber mit großem und ganzem haben uns spielerisch verdient klar hinten raus muss man dann wieder ein bisschen die luft anhalten wie du gesagt hast war die luft sehr eng sie hat keine luft mehr gewesen gefühlt aber alles gut haben sich verdient die männer und so als team holt man auch die punkte ich hoffe die haben es jetzt zwei wichtige drei punkte gerade im blick wenn ich die anderen mannschaften wieder gesehen habe wie doch die ergebnisse teilweise sind dann ist es schon ein guter tag gewesen was hat dir besonders noch mal gehört ich habe gehört im trainerstab hat sie heute im trainerstab haben wir jetzt endlich einen co-trainer gefunden beziehungsweise einen gleichberechtigten trainer der ja auch eine gewisse know how einfach mitbringt wir kennen uns schon jahrelang und war jetzt die zeit war reif dass wir jetzt zusammen was machen und ja ansonsten sollte sich da einfach selber vorstellen richtig soll er da mal durchtreten kann man mein jung sag mal drei worte haben wir jetzt noch mal den namen sagt dann sind wir alle zufrieden ich bin michael müsse da alles klar ihr würd nicht dran wirst auf das war der kamera gut euch noch recht schönes wochenende und vielen dank auch ein bisschen da ich bin mir einfach auf das war genau wie die die schriftlich Vielen Dank.